Wir sind doch mal ehrlich, seitdem der zweite Lockdown eingetreten ist und unseren Alltag und unsere Routine komplett verändert hat, kommen wir so gut wie nicht mehr nach draußen in die frische Luft. Sämtliche Vereine, Sportanlagen und Trainingsplätze konnten aufgrund von Corona nicht genutzt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Fuckin' fight back Fuckin' fight back